Hey, Kinders! Willkommen zurück zu Cuphead. Wir spielen Tretop Trouble. Das ist ein Run-and-Gun-Level, also wieder Rennen und Schießen. Juhu. Hier geht's! Haha, hier ist ein Loch, hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Ja, aber... Ich benötige eine Perry-Frau, bitte. Ein Pulple. Kann hier vielleicht... Achtung. Shit. Achso, oh Gott. Alter, das muss ich ultra-timen, Leute. Okay, rosa, rosa. So. Was? Das ist eine Lüge, der Verschissene. Nein! Nein, das geht doch! Mutsch? Moment, da war das knapp. Das ist so fucking easy, dude. Tschüss. Brrr. Ey, easy, easy. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was leichter ist. Okay, diese... Diese Insekten zu töten? Oder... Oh fuck. Oh fuck. Ja, ich hab mich damit nochmal gerettet. Na also. Über mir ist einfach diese Mücke. Oh! Ah! Nein. Ich mach's lieber langsam, oder? Nein. Geh weg. Wuhu! Okay. Gut, 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 gut. Es ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht, ne? Darfst du nicht vergessen. Es sieht manchmal einfacher aus, als es ist. Willst du mich gerade ficken? Was? Ich muss das nochmal neu... Ey. Jetzt halt doch mal deinen Schnauz. Ich... Ich... Ich wollte springen! Ich bin nach unten gefallen. Immerhin bin ich jetzt hier mit vier Life. Oh! Geh weg! Ich hab schon wieder ein Life verloren hier. An diesem verkackten Stumpf hier. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht... Ich kick's nicht hin! Ich schick diesen Bastard nicht down! Jetzt! Ich hab drei Life verloren bei dem... Okay. Period! Oh Gott, ich bin so dumm, bis ich mir das mir gerade einfällt. Ich kann doch diesen scheiß Dash machen! Zack! Warum hab ich das nicht gemacht? Ich bin schon so ein bisschen besonders dumm, irgendwie. Okay. Na! Okay. Ah, die kommen wieder. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich bin tot. Ohoho! Warum soll ich da runter? Ah! What a ground! Should I go down? What a ground! Was für einen Grund soll es geben, um da hinunter zu wollen? Oh shit. Jetzt weiß ich, was es für einen Grund gibt. Ah! Oh! 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 Krass! Oh! Und wenn man weiß, wie das geht, also wo was ist, ist das eigentlich easy, Mann. Ich hab vier Life noch. Falls ich nochmal sterben, muss ich gleich den Anfang zeigen. Es ist schon wie so eine Routine. Nein, nein. Okay. So, also diese Bälle halten nicht bei diesen blöden Flugviechern an. Sondern fliegen durch. Das hab ich vorhin irgendwie nicht gerafft. Oh mein Gott. Okay, läuft. So. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Ich sag mal so, es läuft. Die fallen nicht runter. What? Nein. Der macht die down. Okay. Oh, das war nicht geplant, dass ich den noch kriege, ne? Ja. Stirb einfach, my boy. Einfach down. Und... Okay. Ah! Mit drei Life! Ihr könnt mich gerne Profi nennen. Oh Gott, hab ich lang gebraucht. Aber hey. Zwei Skill Level. C-Plus war's? Ich war tausendmal besser wie ein C-Plus. Hab ich... Oh Gott. Hab ich jetzt auf alle Münzen geachtet? Ja, sieben. Kommt hin, oder? Ich hatte zwei. Wahrscheinlich waren es... Eins, zwei, drei, vier. Wo ist denn die fünfte her? Wo hab ich jetzt die fünfte Münze her? Keine Ahnung. Vielleicht wird es bestehen. Was das ist? Komm mal, wie er sich freut. What are you looking at, my chip? Ah. It's not my fault. I've been busy fighting off those casino adapters. Now I gotta save up to have my plate fixed. So help me. I wish someone would burst that King dies won. One of the ones. Das ist einfach zu einfach, das Spiel für mich. Das ist zu einfach. Mausoleum 1. Gehen wir mal rein. In der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.